Er kann nämlich durch kleinste Erschütterungen nachrutschen, schon der Überschallknall eines Flugzeugs oder das Zufallen einer Lkw-Hackklappe reichen aus. Es besteht die Gefahr, dass... ...und selbst Erwachsene einsinken und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können. Und das waren die Antenne Bayern Nachrichten um elf. Mehr aus allen Regionen von unseren Bayern-Reportern jetzt immer um halb.